Nachdenkseiten Die kritische Website 17. Juni 1953 Propaganda statt Wahrheit, auch nach 70 Jahren Ein Artikel von Thilo Gräser Fotoausstellungen, Konferenzen von Parteien, Bundestagsdebatten, Zeitzeugen und Politikerreden und mehr Das ganze erinnerungspolitische Propagandaarsenal wird seit Tagen aufgefahren Um in diesem Jahr an den 17. Juni 1953 in der DDR zu erinnern An jenem Tag vor 70 Jahren habe es im Zweiten Deutschen Staat einen Volksaufstand für Freiheit und Einheit Gegen die von der Sowjetunion gestützte Diktatur der SED gegeben, wird verkündet Der sei von sowjetischen Panzern blutig niedergeschlagen worden Doch es sind auch andere Sichten möglich Die Ereignisse vor 70 Jahren werden erneut zurechtgebogen, bis sie in den vorgegebenen Rahmen passen Auch hier gilt das Motto Was nicht passt, wird passend gemacht Und so werden in den meisten offiziellen Darstellungen Hintergründe, Zusammenhänge und Interessen ausgeblendet, weggelassen und verschwiegen Denn es gilt anscheinend zu zeigen, dass den Zweiten Deutschen Staat, die DDR, von Beginn an niemand gewollt habe Erst recht nicht die Arbeiter und Bauern, auf die er sich berief Dabei wird vor allem die Rolle der westorientierten Bundesrepublik und ihrer westlichen Führungsmächte von deren heutigen Erben gerne ausgelassen Darin gleichen sie jenen, die auch in der DDR die Ereignisse verfälschten und die Ursachen und Hintergründe verschwiegen Zurecht vermutet die Publizistin Daniela Dahn in einem im Schrifttext verlinkten Beitrag der aktuellen Ausgabe 1223 der Zwei-Wochen-Zeitschrift Osiecki, Zitat Zitat Ende Wie zur Bestätigung wurde am Montag in Berlin unter den Linden eine Fotoausstellung mit mehreren großen Tafeln eröffnet Auf dem Mittelstreifen direkt gegenüber der russischen Botschaft Dabei zog laut Berliner Zeitung Anna Kaminski Parallelen zwischen den sowjetischen Panzern, die den Aufstand für demokratische Werte in der DDR niederwalzten und dem heutigen russischen Angriffskrieg in der Ukraine Kaminski ist die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und findet Aus Platzgründen soll hier nicht weiter auf die konkreten Ereignisse vor 70 Jahren eingegangen werden, diese sind in zahlreichen Publikationen und auf Webseiten nachlesbar Unter anderem in dem viel beachteten Buch »Diesseits der Mauer«, eine neue Geschichte der DDR von 1949 bis 1990 von der Historikerin Katja Heuer Stefan Heim hat das Geschehen in Berlin in seinem Roman »Fünf Tage im Juni« beschrieben Nur so viel dazu Das Datum 17. Juni ist das Kennwort für zehntägige Unruhen in der DDR, so schrieb es 2003 der Historiker Jochen Czerny Die ersten Kundgebungen habe es bereits am 12. Juni in Weimar und Brandenburg an der Havel gegeben, wo es um versprochene Freilassungen von Häftlingen gegangen sein soll Am 13. Juni sollen im thüringschen Eckholstedt 250 Menschen den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen gefordert haben, was anderswo erst am 17. Juni verlangt wurde Protest in Ost und West Der Historiker Jörg Rössler stellte 2013 fest 701 Städte und Gemeinden war in seiner Zeit Schauplatz der Proteste Das klingt gut Auch das 1,2 Millionen Menschen auf den Straßen demonstrierten Allerdings waren das nur etwa 6 Prozent der damals 18,2 Millionen DDR-Bewohner In annähernd 1.000 Betrieben wurden am 17. und 18. Juni gestreikt Sicher beachtlich, aber in den übrigen 19.000 Industriebetrieben ging offenbar alles seinen gewohnten Gang Zitat Ende Am 17. Juni 1953 haben sich vor allem die Arbeiter als Hauptbetroffene gewehrt gegen das, was damals Sparpolitik genannt wurde und heute Austeritätspolitik heißt, so Rössler 2019 in einem Interview Er verwies auf einen ähnlichen Vorgang im Jahr 1948 in der britisch-US-amerikanischen Beat-Zone An den jüngst auch die Publizistin Dahn in Osjetzki erinnerte Im Oktober 1948 kam es in Stuttgart zur Protestkundgebung der Gewerkschaften gegen die Politik des Frankfurter Wirtschaftsrates unter Ludwig Erhard mit Zehntausenden Sie forderten unter anderem, Wirtschaftsdiktator Erhard abzusetzen, der für unsoziale Bestimmungen in der Währungsreform und Verringerung des Realeinkommens verantwortlich gemacht wurde Die Antwort der Besatzungsmacht USA bestand aus Tränengas, berittener Polizei und Panzern Dahn schrieb dazu Am Abend hatte das Zentrum ein kriegsähnliches Aussehen, wie die Zeitungen beschrieben Rädelsführer wurden verhaftet und im Raum Stuttgart der Ausnahmezustand verhängt Erinnerungslücken im Westen Die Publizistin fragt zu Recht, warum sich daran in der Bundesrepublik anscheinend niemand erinnert Für den Historiker Siegfried Brokopp ist der Vorgang gar das Vorbild für den Einsatz sowjetischer Panzer fünf Jahre später gegen die Arbeiterproteste in der DDR Brokopp erklärte 2020 in einem Interview Man muss dabei berücksichtigen, dass zu dieser Zeit der Kriegszustand noch nicht beendet war Der Kriegszustand wurde in der DDR erst 1954 für beendet erklärt Zitat Ende Er machte auf den von Dahn erwähnten Kontext der Ereignisse aufmerksam In der Regel wird vernachlässigt, dass der 17. Juni ein Kulminationspunkt zweier Konfliktstränge war Erstens einer veränderten Deutschlandpolitik der UdSSR von Ende Mai bis Ende Juni 1953 Die auf einen Kompromiss mit dem Westen aus war Die Churchill-Rede vom 11. Mai 1953 bildete dazu den Ausgangspunkt Und zweitens der Systemkrise des Ostblocks am Ende der Stalin-Ära, die vor allem für die DDR mit einer Überforderung der Kräfte verbunden war Reparationszahlung, kasernierte Volkspolizei KVP Nach Stalin eine Armee in gleicher Stärke wie die deutsche Armee im Westen Bezirksbildung, LPG-Bildung und Verschärfung des Klassenkampfes Zitat Ende Prokop wie auch Rössler, beide aus der DDR, widersprachen nicht nur der in dem untergegangenen Land Sie wandten sich ebenso gegen das Etikett Volksaufstand, wie auch gegen die Vorstellung einer verdrängten Revolution, wie sie unter anderem der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk vertritt Rössler stimmte der Einschätzung des Historikers Dietrich Staritz zu, der frühzeitig von einer Arbeiterrebellion gesprochen hatte Dahn erinnert auch an einen anderen vergessenen Fakt Damals streikten von April bis Juni 1953 auch die Westberliner Bauarbeiter immer wieder für höhere Löhne Und sie fragt Inusjetzki Haben die wiederholten Berichte der Berliner Zeitung darüber womöglich die Kollegen in Ostberlin ermutigt? Keine prokapitalistischen Forderungen Die Arbeiter hätten gegen die Verschlechterung ihrer Lage gekämpft, begründet Rössler das Zitat Die war eingetreten durch die Verringerung des Lohnes infolge der Normerhöhung Die Normen waren nicht so hart wie im Kapitalismus, sondern ein bisschen weicher Die SED-Führung entschloss sich dazu in einer schwierigen Situation infolge der Aufrüstung, zu der die DDR verdammt wurde Nachdem Stalin den Plan aufgegeben hatte, ein gesamtes, neutrales Deutschland zu erreichen Siehe die sogenannte Stalin-Note von 1952 Das war also der Ausgangspunkt Mit einem Mal sollten die Arbeiter für dasselbe Geld mehr arbeiten Doch die Arbeiter haben gesagt, wir denken nicht daran Sie waren gegen die Normen, weil sie direkt in ihren Lebensstandard eingriffen Daraufhin wurde verordnet, die Normen sind um so und so viel Prozent zu erhöhen Dann kriegen sie weniger Geld Zitat Ende Das habe die Lebenslage der Arbeiter und ihrer Angehörigen verschlechtert Hinzu kam eine Kampagne gegen kleine und mittelständische Unternehmen Und als die Regierung nicht auf die ersten Proteste reagiert habe Ohne Verständnis für die Lage der Arbeiter, so Rössler Sei es umgesprungen Da wurde dann gesagt, wenn diese Leute sowas machen, dann müssen sie weg Eine der Losungen sei gewesen Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille Gemeint waren die SED-Politiker Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grote wohl Zitat Das hieß, wir brauchen eine neue, eine andere Regierung Die Wiederherstellung des Privateigentums und des Kapitalismus ist nicht gefordert worden Zitat Ende Rössler erklärte im Interview Welche politischen Meinungen die Arbeiter gehabt haben, das wissen wir natürlich nicht Die hat ja keiner befragen können Es sei nicht anzunehmen, dass die alle den Sozialismus abschaffen wollten Im Gegenteil Er verwies auf Willy Brandt, der 1955 in seiner Schrift Arbeiter und Nation geschrieben habe Dass von den Streikenden nirgends eine restaurative Tendenz ausgegangen sei Sie hätten dagegen unzweideutige Vorbehalte gegenüber der Politik der Bundesregierung geäußert Zitat Sowjetisches Eingreifen als Schlusspunkt Der Historiker Prokop bezeichnete die Ereignisse vor 70 Jahren als eine offene, gerechte Rebellion Enttäuschter und verbitterter Arbeiter Angestellter Vor allem in Großbetrieben und Großstädten Der Anteil der Intelligenz sei größer gewesen als bislang angenommen, betonte er Und verwies, wie andere, auf Aussagen des Historikers Arnulf Baring, der bereits 1965 geschrieben hatte Die Beteiligung an den Großkundgebungen in einigen Städten kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass der 17. Juni kein Aufstand des gesamten Volkes war Das zeigen die Augenzeugenberichte ganz deutlich Baring schrieb laut seinen Fachkollegen in seinem damaligen Buch über die Ereignisse von 1953 Aber man täusche sich nicht Der Aufstand ist nicht durch die sowjetischen Truppen niedergeschlagen worden Aufs Ganze gesehen war die revolutionäre Welle schon gebrochen, bevor die Russen aufmarschierten Ihr Eingreifen war kein Wendepunkt, sondern hat nur einen Schlusspunkt gesetzt Die Streik- und Demonstrationsbewegung hatte sich im Laufe des Tages erschöpft Der Elan war versickert Der Aufstand in seinen Anfängen stecken geblieben Zitat Ende Doch solche Details stören anscheinend, wenn heute Propaganda gemacht wird Dass die sowjetischen Panzer einen Volksaufstand niederwalzten Das sowjetische Militär hatte am 17. Juni 1953 ab 13 Uhr den Ausnahmezustand In 167 der 217 Kreise der DDR verhängt Nachdem es zum Teil zu schweren gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen war Das war laut dem Historiker Czerny nicht nur in Berlin Sondern in den mitteldeutschen Industriegebieten Und besonders in ehemaligen Arbeiterhochburgen wie Magdeburg, Leipzig und Halle-Saale der Fall Nicht nur in der Hauptstadt rollten sowjetische Panzer in die Städte Die laut Wladimir Semyonov, damals sowjetischer hoher Kommissar in der DDR Schon am Vorabend dorthin beordert worden waren Schüsse in die Luft Der ehemalige sowjetische Diplomat berichtete in seinem 1995 erschienen Erinnerungen Die Leidenschaften kochten über Um 11 Uhr erhielten wir die Weisung aus Moskau Das Feuer auf die Aufrührer zu eröffnen Militärische Standgerichte einzurichten und zwölf Rädelsführer zu erschießen Die Mitteilungen über die Exekutionen sollten überall in der Stadt ausgehängt werden Da Sokolowski, der sowjetische Generalstabschef und ich Aber über außerordentliche Vollmachten verfügten Handelten wir nicht nach dieser Weisung Moskaus Und gaben lediglich den Befehl, über die Köpfe der Demonstranten hinwegzuschießen Die Historikerin Heuer schreibt in ihrem aktuellen Buch Dass die sowjetischen Panzer und Truppen auf die Demonstranten losgelassen wurden Damit folgt sie dem vorherrschenden Narrativ Der Historiker Baring schrieb 1965 Überall in der DDR fuhren die sowjetischen Panzer Soweit sie gegen Demonstranten eingesetzt wurden Nur langsam in die Menge hinein Sodass sich die Menschen in Sicherheit bringen konnten Die Panzer sollten, wie der stellvertretende Ministerpräsident Otto Nuschke In seinem RIAS-Interview sagte Nur gleichfalls demonstrieren Wo geschossen wurde, zielten die Soldaten in fast allen mir bekannten Fällen in die Luft Die Publizistin Dahn schrieb dazu Sicher, allein die Präsenz der Panzer war ein einschüchterndes Symbol von Gewalt Stark genug, um den Aufstand zu unterdrücken Das suggerierte Bild sei aber falsch Wonach die friedlichen Demonstranten nach chinesischer Lösung zusammengeschossen worden seien Dahn meint Fakt ist, die sowjetischen Panzer hatten strengen Befehl, nicht zu schießen Daran haben sie sich auch gehalten Das sei selbst den Demonstranten schnell aufgefallen Keine Toten durch Panzer Eher sind die in den Luken stehenden jungen Panzerfahrer mit Steinen und Latten angegriffen worden Als dass diese Gewalt angewendet hätten Ihre einschüchternde Wirkung hatte Grenzen Während des gesamten Aufstandes sei kein einziger Mensch durch die Gewalt eines Panzers ums Leben gekommen Betont Dahn Es soll einen Unfall gegeben haben, bei dem ein Panzer in eine Baugrube gerutscht ist Und dabei jemanden erdrückt hat Sie habe die Angaben bei einem Faktencheck in der Stasi-Unterlagenbehörde gefunden Dennoch gab es den Berichten zufolge Gewalt Und neben zahlreichen Verhaftungen auch Todesopfer Einschließlich einiger standrechtlich Verurteilter und Erschossener Historiker Prokop zitiert im Interview aus dem einst streng geheimen sowjetischen Bericht Über die Zeit vom 17. bis 20. Juni 1953 Wo die Rede von 430.513 Streikteilnehmern Und von 336.376 Demonstranten in der DDR gewesen sei Diesem Bericht zufolge waren 29 Tote plus elf ermordete Parteifunktionäre So wie sechs zum Tode durch Erschießen Verurteilte Wovon vier Urteile vollstreckt worden seien, als Opfer zu beklagen Verwundet wurden danach 350 Demonstranten und 83 Parteifunktionäre und Polizisten 6.521 Personen wurden den Angaben zufolge festgenommen und inhaftiert Soweit zu Prokop Heute gilt die Zahl von 55 Todesopfern als belegt Die Publizistin Dahn schreibt Über die genauen Umstände der 55 Todesopfer des Aufstandes ist erstaunlich wenig bekannt Immerhin sind über 250 öffentliche Gebäude erstürmt worden Darunter Dienststellen der Polizei, der Staatssicherheit und der SED Aus zwölf Gefängnissen wurden 1400 Häftlinge befreit Diese Aktionen waren von Demütigungen und gewaltsamen bewaffneten Prügeleien von beiden Seiten begleitet In den Worten von Prokop war die hausgemachte und tiefgehende Gesellschaftskrise der DDR, die in die Juniereignisse 53 führte, zu großen Teilen verursacht worden durch die Forderungen der sowjetischen Besatzungsmacht Ohne die lief im Guten wie im Schlechten in der DDR fast nichts Der Handlungsspielraum der DDR-Verantwortlichen blieb in den frühen 50er Jahren sehr begrenzt So der frühere Mitarbeiter von SED-Chef Ulbricht, Herbert Graf, 2008 in seinen Erinnerungen Der sowjetische Diplomat Juli Kiewinski, seit 59 in der DDR tätig, sprach in seinen Erinnerungen von dem Siegersyndrom auf sowjetischer Seite Es habe die Vorstellung gegeben, dass man sich in der DDR vieles erlauben konnte, was in anderen Ländern Osteuropas niemals geduldet worden wäre Die DDR hatte keine Alternative, so der Historiker Rössler Die einzige Alternative wäre gewesen, man hätte versucht, schnell Bestandteil Westdeutschlands zu werden Aber hier waren die sowjetischen Truppen Also ich sehe keine Alternative dazu Es war auch ein bisschen unglücklich für die DDR, dass Nikita Khrushchev erst gewissermaßen in diesem Moment nach Stalins Tod Anfang März 1953 in Moskau an die Macht kam Noch keineswegs als der Herrscher, der er später war Khrushchev hatte ein anderes Konzept für die DDR Das hat sich dann auch im neuen Kurs ausgezahlt Dieser neue Kurs war, auch infolge des Moskauer Kurswechsels, schon vor dem 17. Juni beschlossen worden Weil aber die Normenerhöhungen nicht gleichzeitig zurückgenommen wurden, konnten damit die Streiks und Demonstrationen nicht mehr verhindert werden Auf die reagierte die SED laut Rössler mit dem Ende der Sparpolitik und der Normpolitik Zitat Der Historiker stellte klar, aber sie konnten es sich dann auch leisten, einsichtig zu sein, dank der Hilfe der Sowjetunion Die sie aber erst in diese Situation 1952 gebracht hat Natürlich gehört zu den Folgen auch das massive Vorgehen der in ihrer Macht gesicherten SED-Führung Nicht nur gegen Streikende, oftmals Gewerkschafter, sondern auch gegen interne Kritiker Westlicher Teilungskurs Angesichts der Tatsache, dass der 17. Juni in der Bundesrepublik ab 1954 als Tag der Deutschen Einheit bis 1990 als gesetzlicher Feiertag galt, noch ein kurzer Blick auf die Reaktionen im Westen Natürlich kann bei der Frage nach den Ursachen nicht weggelassen werden, dass längst der Kalte Krieg als Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West tobte Die westliche Politik gegen das sozialistische Lager samt Rollback, Containment und Sanktionen hatten auch Folgen für die Menschen in der DDR In der Bundesrepublik bereitete ein staatlich finanzierter sogenannter Forschungsbeirat den Tag X zur Übernahme der DDR vor Der reichweitenstarke US-Sender Rias wurde offen und indirekt benutzt, um die Stimmung in der DDR zu beeinflussen Der Historiker Bernd Stöver schrieb 2002 nach Studien in US-Archiven Durchgängig waren alle privaten, parteigebundenen und amtlichen antikommunistischen Organisationen in irgendeiner Weise am Aufstand beteiligt Das alles aber wäre wirkungslos gewesen, wenn es nicht die auslösenden, hausgemachten Probleme gegeben hätte, so der Historiker Rössler Am 17. Juni trafen die drei westlichen Besatzungsmächte in ihren Berliner Sektoren Maßnahmen, die eine Eskalation vermeiden und eine Ausbreitung der Demonstrationen nach West-Berlin bzw. die Beteiligung von West-Berlinern an den Ereignissen in Ost-Berlin verhindern sollten Die Historikerin Marianne Horvath schrieb 2003 dazu In diesem Sinne vermieden die Westmächte in einem Protestschreiben an den sowjetischen Kommandanten am 18. Juni den Eindruck, dass sie die Aufständischen unterstützten Die Westmächte hätten sich durch die Juni-Ereignisse 1953 in ihrem Kurs bestätigt gesehen, die Bundesrepublik weiter in den Westen zu integrieren Horvath sagt, damit war sowohl für den Westen als auch für den Osten der Kurs und die Geschichte der deutschen Teilung bis zum Herbst 1989 bestimmt Die auch in der DDR-Bevölkerung vorhandenen Wünsche nach der Einheit des Landes seien ständige Mahnung gewesen, am bisherigen Kurs festzuhalten der auf eine Wiedervereinigung Deutschlands nach westlichen Vorstellungen im Interesse aller Deutschen zielte Ansätze im Westen für einen Ausgleich mit der Sowjetunion und auch einer möglichen deutschen Einheit nach Stalins Tod im März 1953 waren lange vor dem 17. Juni gescheitert Eine der bis heute möglicherweise gültigen Lehren aus den Ereignissen vor 70 Jahren beschrieb Egon Bahr, der das Geschehen in Berlin als RIAS-Journalist miterlebte in dem Buch Ostwärts und nichts vergessen Mit einer Bewegung von unten kann man nichts machen Alle Versuche der Sowjetunion, ihren Einflussbereich zu entreißen oder zu destabilisieren, waren sinnlos Das habe sich auch später in Ungarn und der GSSR gezeigt Das habe ihn überzeugt Wir können überhaupt nur etwas ändern, wenn es von oben geschieht, im Einvernehmen mit Moskau Die waren die einzigen, die die Macht hatten, etwas zu verändern Er sei mit seiner Erkenntnis damals relativ allein gewesen, so der 2015 verstorbene Bahr Heute stünde er damit wieder ziemlich allein Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Heute Dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020